Jo Leute, was geht ab, Back in the Game, remember, mein Name ist wieder der Angelio für euch am Start. Heute gibt es mal wieder eine Challenge, auf die habe ich wirklich gar keinen Bock. Es geht nämlich wieder um die Beanboost Challenge. Erkläre ich gleich, die ganze Challenge kann ich nicht alleine, deswegen habe ich meinen guten Kontrenten Juri mit am Start. Was geht ab, hier ist Juri am Start, AKJur, und zwar ich kann euch schon mal garantieren, ich habe heute echt mega Glück gehabt, überall, deshalb denke ich, ich werde heute gewinnen. Checkt die anderen Parts aus, wir haben das Ganze schon mal gedreht, ist natürlich ganz am Ende verlängert, könnt ihr ganz entspannt draufklicken. Kurze Eilmeldung, gerade ist ein weiteres Liquid Review auf meinem Angel Tech Kanal online gekommen, also wer Bock hat auf Dinner Lady Liquids, der kann sich das gerne am Ende des Videos oder in der Beschreibung geben. Als kleine Erklärung, wir haben hier ein Rädchen, da drehen wir dran, dann kommt eine Sorte raus und es gibt immer eine gute und eine schlechte Sorte, jeweils von einer Farbe. Das heißt zum Beispiel, wir können entweder Tutti Frutti erwischen, ja, was so schmeckt wie Kaugummi oder halt erbrochen ist oder irgendeine andere Rotze. Ich habe mega Bock drauf. Ja auch? Sag es mit einer Bewertung. Ich würde sagen, schnick, schnack, schnack, wer anfängt und derjenige, der die ganze Zeit die schlechten Jellybeans erwischt, der davon am meisten hat, der kriegt zum Schluss noch eine fette Backpack. Und, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Let's go, Amuna, geschwind. Sie sind geistig behindert. Schwind, 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 ne. Echt, schwind, ne. Bitte, kein Erbrochen, ne. Nein, das Orangene. Mit roten Punkten. Nein, Erbrochenes oder Peach. Peach. Mein Herz geht so. Ich weiß nicht. Ich schmeckt nicht. Ach, es ist 40. Das normale Grüne. Limette oder gemähtes Gras. Das ist richtig die normalen Sorten, Alter. Frosty ist lecker. Nein, eins zu eins. Das ist ja richtig klar. Oder null, null. Ich würde probieren, Limonade trinken, Güte. Ich sag euch, das wird echt lecker. Kocht euch das. Ja. Checkt den Angel Tech Kanal ab. Ist auch da oben. Für E-Zigaretten und Shisha und so, ne. Bitte nicht das weiter. Nein, wieso schwarz? Schokoladenpudding oder Hundefutter, Mann. Ich hab Schokoladenpudding. Oh, was ein Glück. Es steht immer noch 0 zu 0. Erbrochenes oder Peach. Spendet. Jedes Mal aufs Neue denkt er sich, wieso mach ich diesen Müll mit? Ja, aber hast du Bock auf die Challenge, Jan? Dann hau mal rein hier. Nein. Das schmeckt so lecker. Hier ist euch die Biene voll egal. Ihr wollt davon noch, ihr wollt davon keinen zweiten Teil sehen, bitte. Keinen dritten Teil, keinen vierten, fünften. Das ist jetzt der fünfte Teil, wenn man... Schade für die Zuschauer, weil wir echt nur geile Sachen bekommen, ne? Weiß mit gelben Punkten. Wisst ihr, was das heißt? Wisst ihr, was das heißt? Groß Ei oder Popcorn. Nein. Nein. Ich schwör, die haben wir nicht mehr. Das kann sie, glaub ich, sein, ne? Vielleicht gelblich. Fuck you. Schau dir mal. Was soll das hier? Das ist gelblich. Ich hab jetzt schon was im Mund. Nur Homo. Verottetes Ei- oder Butter-Popcorn. Ich hab so'n Focker. Ey, kaum, kaum. Kaum. Du musst es genießen. Du musst unser Geld bezahlen. Junge. Alter. Mit das, ey. Verdammt, ob ich das nicht bekomme. Erbrochen ist oder piercig? Let's go! Let's go! Orange, der mehr Punkte. Ey, dieser Nachgeschmack, ey, ist immer noch da. Nein, warum, warum spiel ich das überhaupt, alter? Orange. Ey, erbrochen ist oder piech? Ich lach ihn jetzt umsonst. Er ist quirsig. Fuck, jetzt hab ich umsonst gelacht. Das schmeckt wegen den, ähm, verrotteten Eiern echt scheiße. 1-0 für dich. Verfaultes Ei- oder Butter-Popcorn. Ich glaub, das ist der letzte Stück. Bitter verfaultes... Ja, wir wissen nicht, was war. Yes, 1-1, 1-1. Wie schmeckt dir das verfaulte Ei, alter? Das ist geil. Yes, mate. Es wäre dafür kein Like da, es ist ne absolute... Yes, Leute, der Nachgeschmack davon ist absolut eklig. Leute, das ist echt nicht gespielt, ne? Jetzt mal ohne Witz. Das ist nicht gespielt. Am Anfang dachte ich, ja, gar kein Problem, ey. Das schmeckt eh nicht so scheiße, so. Das geht locker vom Hocker, so. Ja, richtig krass. 1-1. 1-1. Der, der den nächsten Fail erwischt, darfst die Runde vorbei, der kriegt Klatscher. Es hatte noch keiner stinkende Socken. Frutti, Frutti. Hab es. Das schmeckt eh, Alter. Gras oder Limette. Jetzt vielleicht weiß nicht, was das ist. Das gemützt ist grafisch, was sie. Ja, gemützt ist gerade. Echt? Was ist denn so schlimm? 2-1 für mich. Nuri, du weißt, du weißt, wer verloren hat. Sehen sie ihren Mann? Yeah, jetzt kommen wir zur Bestrafung. Dafür zoomen wir doch mal ein wenig ran. Nein, das ist fucking... Ich habe so schiss, Alter. Ich hatte es sagen, wer soll, ich bin für die Mitte. Oh, ho, 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 ho. Ey, das wird nicht scharf, ich weiß nicht, wieso. Alter, Alter. Es ist nicht schön. Nicht, ich ging auch nicht, ich ging auch. Es ist nicht schön. Nein, aber ich habe nicht so ganz getroffen. Aber mein Daumen ging so, ist auch genau. Du bist wohl stärker schlagen, dann waren die so stark. Verdammt, ja, ich bin abgerutscht. Ich wollte dein zartes Öhrchen nicht wissen. Ja, Leute. Das ist nicht der Schmerz. Dieser, nicht dieser physische Schmerz. Das ist der psychische Schmerz, weißt du. Leute, damit bleibt mir noch zu sagen, checkt die anderen Parts auf. Ihr wisst ja, um mich drum geht es zu seinem Channel. Da könnt ihr das andere Video abchecken. Wenn nicht, checkt nochmal die Videos, die wir davor davon gemacht haben. Alles weitere, was ihr wissen müsst, ist um mich drum oder in der Beschreibung verlinkt. Von mir haut rein, wisst ihr, was ich meine. Der zum Wort geht an meinen Kontrahenten. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.